Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Clash Royale. Heute wieder eine Challenge und die ist, dass wir nur mit Lufteinheiten versuchen zu gewinnen. Ich habe mich jetzt erstmal für hier diesen Swat entschieden. Der Lava-Hund und die Skelett-Drachen müssen noch warten und wir versuchen direkt unser Glück. Das Ganze wird denke ich nicht so extrem einfach, aber hier diesen Angriff können wir jetzt sehr gut stoppen, würde ich behaupten. Das ist schon mal nicht schlecht gelaufen für uns. Wir setzen noch Fledermäuse zur Unterstützung, damit das Ganze noch etwas schneller geht. Und wir kriegen jetzt erstmal nochmal einen Elixier-Boost und setzen noch einen Loon dazu. Mal gucken, vielleicht hat er schon gar keinen Bock auf den... Naja, er macht doch noch weiter. Ich dachte schon, er würde vielleicht aufgeben, weil wir ihn so stark kontern konnten. Und bis jetzt sieht das nicht schlecht aus. Leider kommt der Infernoturm nicht an den Tower ran von ihm, aber dafür kommt unser normaler Drache dran und macht etwas Damage. Zum defensiven Part setzen wir natürlich auch wieder einen Flächenschaden machenden normalen Dragon dazu. Und jetzt haben wir alle drei Drachen, außer natürlich die Skelett-Drachen auf dem Feld, setzen jetzt hier zum defensiven Part nochmal die Fledermäuse. Also hätte ich gar nicht setzen müssen, aber es läuft extrem gut dafür, dass das hier nur mit Flugeinheiten ist. Es sieht sehr gut aus, bislang. Ich dachte jetzt, vielleicht mache ich direkt nochmal einen weiteren Push auf der anderen Seite mit einem Loon, aber er hat ja noch die Seppis und da will ich keinen Loon rein spielen. Die Frage ist, ob er überhaupt noch weiterspielt. Vielleicht da ja auch schon aufgegeben. Das weiß man ja nie. Deshalb cyclen wir erstmal ein bisschen unser Elixier und gucken, ob er nochmal reagiert. Aber es scheint so, als wäre unser Gegner offline, beziehungsweise spielt er nicht mehr. Deshalb setzen wir jetzt einen Loon mit einem Inferno Dragon. Ich denke mal, dann wird der Turm auf jeden Fall schnell weg sein und es sieht sehr gut aus. Der Gegner hat aufgegeben, das heißt, wir haben den First Strike gemacht und die erste Runde schon gewonnen. Aber das reicht uns natürlich nicht. Wir zocken noch eine Runde mindestens und gucken mal, ob das dann immer noch so stark ist. Ich denke mal, wir hatten auch ein bisschen Glück mit dem Gegner, denn so leicht ist das bestimmt nicht immer, nur mit Flugeinheiten zu gewinnen. Wenn da jetzt irgendwie ein Mini-Packer kommt, kann das denke ich schon mal recht schwierig werden. Man kann es zwar ab und zu mal ein bisschen aufhalten, aber nicht immer. Wir versuchen direkt die nächste Runde, wünschen unserem Gegner viel Glück und gucken, ob wir die Runde auch so leicht gewinnen können. Wir recyceln erstmal unser Elixier mit Fledermäusen, setzen hinten noch eine Flugmaschine. Mal sehen, was unser Gegner macht. Okay, er zappt unsere Flugmaschine. Dann setzen wir hinten noch, okay, jetzt kommt hier einen Prinz, den versuchen wir etwas aufzuhalten mit dem Elektro-Trachen. Es hat nicht so gut geklappt, aber es ist auch nicht so viel. Ich glaube, ein Hit von ihm ist durchgekommen und den Rest Schaden, der kam durch die Pfeile. Also nicht schlecht verteidigt und gegen den Inferno-Trachen machen wir uns gar keine Sorgen, denn wir haben noch die Fledermäuse, die das Ganze sehr schnell vom Himmel holen werden. Das hat gut geklappt und wir versuchen jetzt einen Konter mit einem Ballon. Ich hoffe, er hat nichts Gutes gerade auf der Hand. Ist natürlich auch schwierig für den Gegner. So viel gegen Luft hat man selten dabei, wie man gegen unser Deck braucht. Und ein Loon-Hit kommt durch. Sehr wichtig. So kann das Ganze echt was werden für uns. Jetzt müssen wir nur irgendwie den Elektro-Trachen auf die Hand bekommen, denn der ist extrem wichtig gegen den Prinz, damit er nicht einfach durchscharchen kann. Und mit der Lakaienhorde in Kombination wird der Prinz auch keine Chance haben. Jetzt setzen wir erstmal den Inferno-Trachen hinten und schauen, ob er noch was bringen möchte. Oh, er setzt eine Rocket, das ist natürlich krass. Dann setzen wir noch einen Baby-Trachen hinten links und geben dem als Unterstützung zum Angriff noch ein paar Lakaien mit auf den Weg. Und jetzt kommt hier der Prinz, den halten wir dann mit einer Lakaienhorde und einem Elektro-Trachen auf. Er hat noch einen Zep und meine Lakaien sind leider sehr, sehr schlechtes Level, wie ich jetzt nochmal leider zu spüren bekommen musste. Wird schwer, er hat noch einen Inferno-Turm zum Block gegen unseren Loon und hat eigentlich fast immer irgendwas zum Abschießen unserer Karten. Dann setzen wir noch einen Rocket, jetzt habe ich mal einen Baby-Trachen auf der anderen Seite gebracht. Setz hinten noch die normalen Lakaien und versuche jetzt direkt hier auf der linken Seite nochmal einen Push mit Lakaienhorde und dem Loon. Vielleicht bringt das ja was. Er friert ein, das heißt er hatte jetzt noch nichts Gutes dagegen, aber es hat gereicht. Unser Loon ist vom Himmel gefallen, hat leider auch nicht das höchste Level. Das ist das Problem, sonst wäre das wahrscheinlich nicht so einfach für ihn geklappt hier. Das Level bekommt uns hier relativ zum Verhängnis, würde ich behaupten. Und jetzt hat er eine sehr schlechte Rocket gesetzt, denn er hat sie nicht mal getroffen. Und wir kriegen schon wieder Damage mit unserem Drachen durch. Also die Rocket hat zwar unseren Drachen eben getroffen, aber nicht unseren Turm. Und das war natürlich sehr bad von ihm. Das müssen wir nur irgendwie schaffen, nochmal durchzukommen hier. Wir setzen den Loon mit in den Angriff, aber da wird wahrscheinlich einfach ein Inferno-Turm kommen. Ja, aber zu offensiv meiner Meinung nach. Jetzt kommt aber leider der Prinz durch. Da können wir nichts machen, haben keine Bodeneinheit zum Stoffen. Schade, schade, aber die Runde war auch nicht schlecht. Und ich würde sagen, dafür, dass es nur Lufteinheiten sind, klappt das Ganze eigentlich recht okay. Okay, das macht auf jeden Fall Spaß, finde ich sehr cool, könnt ihr ja auch mal ausprobieren. Und so schlecht ist es nicht. Wir haben schon den First Try gemacht, das mache ich nicht oft bei solchen Lins. Und sonst würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ciao und bis zum nächsten Mal.